Altersrente nach 45 Jahren Wartezeit. Gibt es wirklich keine Nachteile? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Vor der Regel Altersgrenze in Rente gehen, wer will das eigentlich nicht? Am besten mit 45 Jahren Wartezeit und dann natürlich ohne Abschläge, ist doch völlig klar. Und zwar in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese Altersrente zu erreichen, ist aber nicht einfach und birgt auch Nachteile. Und zwar, der erste Nachteil ist der, dass die 45 Jahre Wartezeit bei erstmaligem Renteneintritt noch gar nicht erreicht sind. Es reicht nicht aus, dass Sie mit Ihrem entsprechenden Renteneintrittsalter diese Regelalters, also diese Altersrente für besonders langjährig Versicherte erreichen können, sondern Sie müssen auch zu Beginn Ihres frühestmöglichen Renteneintrittsalters für diese Rente die 45 Jahre Wartezeit erreicht haben. Wer also zum Beispiel 1960 geboren ist, der kann mit Vollendung des 64. Lebensjahres und vier Kalendermonate in diese spezielle vorgezogene Altersrente gehen, wenn er die 45 Jahre Wartezeit tatsächlich erreicht hat. Und entscheidend ist nicht der reine Zeitraum vom ersten Eintrag im Versicherungsverlauf bis zum erstmaligen Rentenbeginn, zum Beispiel 1.9.1977 bis zum 30.08.2023. Das wären hier genau 46 Jahre. Da denken ja dann viele, aha, wenn ich 46 Jahre Zeitraum absolviert habe, habe ich dann auch die 45 Jahre Wartezeit erreicht. Das ist nicht immer der Fall. In diesen 46 Jahren zählen nämlich nur ganz bestimmte Kalendermonate für die abschlagsfreie Rente. Und wer diese Kalendermonate nicht erreicht hat, kann zeitlich dann erst später in Rente gehen, auch wenn er schon das Lebensalter für den vorzeitigen Rentenbeginn an sich erreicht haben würde. Also das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir in den Versicherungsverlauf mal reinschauen, sehr oft der Fall, dass Schul- und Fachschulzeiten abfasst sind. Und diese Schul- und Fachschulzeiten wie auch Zurechnungszeiten aus einer Rente wegen Erwerbsminderung nicht für die Wartezeit der 45 Jahre gelten. Denn diese fehlenden Kalendermonate müssten Sie sozusagen dann nachsitzen, indem Sie weiter beitragspflichtig in die Rente einzahlen, bis Sie den entsprechenden Zeitraum erreicht haben, wo die 45 Jahre dann wirklich voll da sind. Und das kann natürlich zeitlich viel später sein, als beim ersten Renteneintrittsalter oder bei der ersten Möglichkeit, hier in diese Altersrente reinzugehen. Der zweite Nachteil ist, die abschlagsfreie Rente ist meist oder oft niedriger als die Regelaltersrente, die Sie ja zwei Jahre später als die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen können. Denn wer vorzeitig in Rente geht, zahlt auch weniger in die Rentenkasse ein. So einfach ist das, meine Damen und Herren. Und zu wissen, wie hoch Ihre vorzeitige, wenn auch abschlagsfreie Rente ist, kann ich wirklich nur empfehlen, holen Sie sich bitte von der Deutschen Rentenversicherung oder von Ihrem Rentenversicherungsträger eine entsprechende Rentenauskunft für den gewünschten Rententermin. Und dann wissen Sie ganz genau, wie hoch Ihre Bruttomonatsrente ausfallen wird. Sie werden sich sehr wundern, die wird dann möglicherweise sogar niedriger, deutlich niedriger sein als die Regelaltersrente. Oder aber Sie lassen die entsprechende Rente durch einen gerichtlich unabhängigen Rentenberater oder Rentenberaterin berechnen. Das ist auch möglich. Und ein dritter Nachteil, an dem man vielleicht gar nicht denkt zu sehr, ist, wer Anspruch auf eine Betriebsrente hat, kann möglicherweise aus meiner Sicht das böse Erwachen haben. Denn im Gegensatz zu einer abschlagsfreien Altersrente in der gesetzlichen Rente, gibt es eine solche abschlagsfreie Rente in der Betriebsrente bei vorzeitigen Rentenbeginn vor der Regelaltersgrenze überhaupt nicht. Also mir ist das noch nicht unter die Ohren gekommen, dass dann die Betriebsrenten auch abschlagsfrei gezahlt werden, sondern die meisten Betriebsrenten haben dann, wenn sie vor der Regelaltersgrenze diese Rente in Anspruch nehmen, auch einen Abschlag und das kann richtig wehtun. Also da muss man sich darüber im Klaren sein, dass das hier ein wirtschaftlicher Nachteil ist. Und das ist, auch wenn Sie vorzeitig abschlagsfrei in eine gesetzliche Rente gehen, hat das nichts mit den möglichen Abschlägen in der Betriebsrente zu tun. Also das sollten Sie vorher bitte auch prüfen, ob das dann nicht für Sie zu nachteilig ist und Sie dann sagen, okay, dann nehme ich die Betriebsrente vielleicht doch ein bisschen später. Das wären aus meiner Sicht die Nachteile bei dieser speziellen Altersrentenart. Alles in allen ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte eine sehr beliebte Altersrentenart als vorzeitige Altersrente. Sie beträgt im Durchschnitt rund 1.400 Euro Auszahlungsbetrag. Sie ist sozusagen der Ausreißer nach oben. Hingegen wenn man sich alle Altersrenten mal anschaut, was da als Auszahlungsbetrag netto rauskommt, bekommt man das große Weinen. Da liegen wir bei gerade mal 1.000 Euro monatlich netto. Meine Damen und Herren, also jetzt kennen Sie die Nachteile auch bei einer Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Aber das sollte Sie natürlich nicht davon abhalten, darüber nachzudenken, hier einen entsprechenden Rentenantrag zu stellen für Ihre abschlagsfreie Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentengescheit24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.